Ein Viertel der Deutschen kann die Miete nicht mehr bezahlen und die Wohnungsnot in Deutschland wird immer größer. Der Neubau ist quasi tot und es fehlen über 700.000 Wohnungen. Der deutsche Wohnungsmarkt ist gerade am kollabieren. In diesem Video zeige ich dir alle Details und die dramatischen Zahlen. Los geht's! Laut einer Umfrage des Inconsumer Research können sich 25% der Deutschen die Miete nicht mehr leisten. In der Grafik kannst du sehen, knapp ein Viertel der Mieter findet es schwierig oder sehr schwierig, jeden Monat die Miete aufzubringen. Und das Krasse daran ist, dass es doppelt so viel wie noch im letzten Jahr und der zweithöchste Wert seit 2013, wo angefangen wurde, diese Umfrage zu machen. Hauptsächlich liegt das Ganze an zwei großen Themen. Auf der einen Seite natürlich an dem Bereich massiv gestiegenen Kosten und auf der anderen Seite ist es natürlich das Thema Angebot und Nachfrage an den Wohnungen. Fangen wir mal mit den gestiegenen Kosten an. Natürlich ist es in jeder Stadt und in jeder Gemeinde etwas unterschiedlich, aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Mieten nur langsam steigen im Vergleich zu den anderen Lebenshaltungskosten. Und deswegen kommt das Problem nämlich von einer anderen Seite. Rund 90% der Deutschen, die haben ein festes Einkommen und da haben natürlich auch ein sehr festes Budget für ihre Ausgaben inklusive der Miete. Wenn man aber einen immer größeren Teil seines Haushaltsbudgets im Supermarkt lassen muss oder an der Tanksäule oder bei den Heizkosten, dann hat man natürlich irgendwann Schwierigkeiten, auch sein Geld für die Wohnkosten aufzubringen. Und in der Umfrage stand weiter, aktuell gehen die Lebenshaltungskosten durch die Decke und das spüren die Deutschen sehr deutlich. Gemäß der Umfrage überlegen sich viele, ihren Konsum drastisch herunterzufahren, um die Wohnkosten stemmen zu können. Und das Schlimme ist, die Preise werden noch weiter steigen. 2022 hatten wir eine Inflation von 7,8% im Durchschnitt, teilweise war ich über 10%. Und für 2023, also für das aktuelle Jahr, rechnet das E-Funk einer geringeren Inflation von 6,4%. Das heißt aber nicht, dass die Preise jetzt sinken werden, sondern dass die Preise weiter steigen, nur ein bisschen langsamer als vorher. Und auch das ist nur eine grobe Schätzung des IFOs und die können auch komplett daneben liegen, so wie sie zum Beispiel vor einem Jahr komplett daneben gelegen haben. Ende 2021, Anfang 2022 hatten sie für das Jahr 2022 eine Inflation von 3,3% vorausgesagt. Und gelandet sind wir jetzt bei dem Doppelten, bei 7,8%. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber damals wussten wir nicht, dass es in Europa Krieg geben wird. Ja und? 2020 wusste man auch nicht, dass es Corona geben wird. Und seid euch gewiss, 2023 kommt garantiert wieder die nächste große Krise. Wir befinden uns ja seit 2007 im Dauerkrisenmodus und jedes Jahr ist irgendwas anderes. Und neben diesen normalen Kosten, ja, die immer weiter steigen und damit das monatliche Budget weiter reduzieren, steigen natürlich auch die Kosten für die Wohnungen. Die Nebenkosten, die sind rapide gestiegen, ja. Zum Beispiel die Heizkosten und Gas. Teilweise ist Gas bis zu acht Maße teuer geworden. Und ich habe zum Beispiel eine Wohnung, wo das Gas drei Maße teuer geworden ist. Und die Kaltmiete, die der Vermieter nimmt, die steigt natürlich auch, weil zum Beispiel auch Kosten für Reparaturen in Renovierung steigen. Und das legt der Fernbie natürlich auf die Mieter um, sodass natürlich auch die Kaltmiete steigt. Und das kann man auch ganz klar in den Statistiken der Internetportale sehen. Zum Beispiel laut Immowelt haben sich in 75 von 79 untersuchten Städten die Angebotsmieten von 20, 21 bis 22 erhöht. In der Spitze sogar um 13 Prozent. Und obendrauf als Kirsche auf der Sahnetorte kommt dann noch die neue Grundsteuerreform, die auch auf jeden Fall dafür sorgen wird, dass das Wohnen in Deutschland teuer wird. Also all das sind Punkte, die sich auch kaum verhindern lassen, zumindest für den größten Teil der Bevölkerung. Und das Einzige, was man an dieser Stelle machen kann, um denen zu entkommen, ist entweder die Reduktion des Konsums oder versuchen eine mögliche Gehaltserhöhung bei seinem Chef abzuholen. Der Mindestlohn ist letztes Jahr ja auch um 25 Prozent gestiegen. Und dieses Jahr gehen die Gewerkschaften durchschnittlich mit 8 bis 15 Prozent Lohnerhöhung in Rennen. Und damit dürfte man natürlich einige der höhere Kosten ausgleichen können. Was sich aber nicht durch eine Lohnerhöhung ausgleichen lässt, das ist das Angebot an bezahlbaren Wohnraum. Die Morgenpost hat dazu im Januar geschrieben, Wohnungsnot auf Rekordhoch. Senioren bekommen Probleme. Die Nachfrage nach bezahlbaren Wohnraum übersteigt derzeit deutlich das Angebot. Die Wohnungsnoten in Deutschland ist so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. 700.000 Wohnungen fehlen. Zu diesem Schluss kommt das Hannoveranische Pestel-Institut und das landeseigene Schleswig-Holstein-Wohnungsbauinstitut AGE in einer neuen Studie, die der Redaktion vorab vorliegt. Das Bild, das diese 48-seitige Studie zieht, ist ernüchternd. Für das Jahr 2022 ist von Wohnungsdefiziten in einer Größenordnung von 700.000 Wohnungen auszugehen. Dies ist mehr als das Doppelte der Jahresproduktion an Wohnungen in Deutschland. Und selbst das ist gelogen. Es gibt nämlich gerade keine Jahresproduktion an Wohnungen mehr. Der Wohnbau ist nämlich komplett tot. Aber dazu kommen wir gleich noch. Und verantwortlich für diese Wohnungsnoten sind hauptsächlich zwei Gründe. Zum einen wächst Deutschland natürlich immer mehr. Deutschland hat allein letztes Jahr über eine Million mehr Menschen gehabt. Und das liegt natürlich zum großen Teil an den Flüchtlingen aus der Ukraine, aber auch aus Syrien und auf Afghanistan. Die Morgenpost hat da bezüglich Weiteres geschrieben. Seit Jahren ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Immer mehr Sozialwohnungen fallen aus der Sozialbindung. Die Mieten ziehen an. Und nun verschärft sich die Lage. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, vor allem aber durch den Ukraine-Krieg, fiel die Flucht um Migration deutlich höher aus als erwartet. 1,25 Millionen Menschen kamen in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres nach Deutschland. Rund 500.000 mehr im vergleichbaren Zeitraum von 2015. Und das war bisher ja nur die Spitze des Eisberges. Weil durch die komplett zerbombte Infrastruktur in der Ukraine fehlen dort jetzt ja ganz viel Strom, Heizung und Wasser. Und deswegen flüchten täglich weitere Tausende Menschen zu uns. Und diese vielen neuen Menschen, die brauchen natürlich in Deutschland eine Unterkunft. Und diese Unterkünfte werden natürlich zwangsweise mit Steuergeldern bezahlt. Aber trotzdem muss diese Unterkunft ja auch erstmal vorhanden sein. Und im Grunde genommen haben wir sehr viele leerstehende Wohnungen im Norden und im Osten des Landes. Ich selber habe zum Beispiel auch zwei leerstehende Wohnungen. Allerdings muss die Regierung die Flüchtlinge ja gleichmäßig auf das ganze Land verteilen, um zu verhindern, dass wir irgendwelche Ghettos oder Parallelgesellschaften haben. Und außerdem benötigen die Flüchtlinge natürlich eine gute Infrastruktur und werden daher eher in der Stadt als auf dem Land angesiedelt. Und das ist dann auch nämlich der zweite große Punkt für den Wohnungsmangel. Es fehlt einfach massiv an Wohnungen, vor allen Dingen in den Städten. Und diese Wohnungen fehlen jetzt nicht nur für Flüchtlinge, sondern sie fehlen auch für Senioren und Studenten, die ja um die gleiche Art von Wohnung konkurrieren. Kleine bezahlbare Wohnungen, zum Beispiel Einzimmerräume. Und eigentlich hatte die Bundesregierung ja das Ziel gesetzt, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Und darunter 100.000 preiswerte Sozialwohnungen. Aber würde sie dieses Ziel schaffen, dann könnte gerade mal bis 2026 das zusätzlich entstandene Wohnungsdefizit ersetzt werden. Noch nicht mal das, was wir jetzt aktuell haben. Und selbst davon sind wir meilenweit entfernt. Und die ARD hatte vor kurzem diesbezüglich geschrieben mit dem Titel Dramatischer Einbruch beim Neubau. Baukosten sind drastisch gestiegen, Investoren halten sich zurück. Überall im Land liegen Projekte auf Eis. Wer baut überhaupt noch? Und könnte in der Krise auch eine Chance liegen? Und eventuell hast du es ja in den Nachrichten auch gelesen. Vor kurzem hatte das größte deutsche Wohnbauunternehmen, die Vonovia, bekannt gegeben, dass sie alle Neubauprojekte stoppt. Und das ist ein massives Alarmsignal. Und die Zeitung Capital hat dazu geschrieben, Vonovia stoppt alle Neubauten. Lage ist mehr als besorgniserregend. Allein 1.500 Wohnungen sind in Berlin vom Vonovia-Baustopp betroffen. Als Ursache führt Riedel massiv gestiegene Bau- und Kreditkosten an, deretwegen sich der Neubau von Wohnungen nicht mehr rentieren würde. Dafür wäre Mieten von an die 20 Euro pro Quadratmeter nötig, eine Angebotshöhe, die für die allermeisten Städte in Deutschland völlig unrealistisch ist. Und mit dieser Entscheidung für den Neubaustopp ist Vonovia nicht alleine. Auch die deutsche Nummer 2, die Düsseldorfer LEG mit 166.000 Wohnungen, hat bereits im November letzten Jahres angekündigt, keine Neubauprojekte mehr anzustoßen und die Investitionen bis 2025 sukzessive auslaufen zu lassen. Und das Krasse ist, allein 2022 ist Bauen im Schnitt laut dem Statistischen Bundesamt um 16% teurer geworden. Und die neuen Zahlen, die vorliegen, zeigen, dass die Stahlproduktion um 40% teurer geworden ist, dass Flachgapis um 50% teurer geworden ist, und andere Produkte wie Bauholz verharren ebenfalls auf einem sehr hohen Preisniveau. Und neben diesen gestiegenen Baukosten sind natürlich auch die viel höheren Zinsen für die Finanzierungen für die Bauträger teurer geworden. Und deswegen müssten sie jetzt rund doppelt so viele Zinsen sahen wie vorher. Und damit ist der Neubau eigentlich überhaupt nicht mehr zu stemmen. Und deswegen liegt der Neubaubrach. Deswegen können keine neuen Wohnungen mehr gebaut werden. Und deswegen können wir unseren Wohnungsmangel kurz- und mittelfristig auf gar keinen Fall lösen. Und das Ganze trifft ja nicht nur den Neubau. Selbst die bestehenden Gebäude müssen ja regelmäßig renoviert und saniert werden. Und auch das wird teurer. Teilweise lohnen sich einige Renovierungen gar nicht mehr, da die Kosten, die Mieten dann um ein Vielfaches übersteigen würden. Ich sehe es ja an einem eigenen Beispiel. 2019 hatte ich eine von meinen Wohnungen richtig schön renoviert, inklusive Bad. Und das Ganze hat mich 23.000 Euro gekostet. Und jetzt will der Bauträger für eine vergleichbare Wohnung schon 40.000 Euro haben. Also das rechnet sich nie und nimmer. Und was wird dann passiert? Genau, es wird einfach nicht mehr renoviert. Der Zustand der Wohnung wird immer schlechter. Und irgendwann sind die Wohnungen nicht mehr nutzbar. Tja, und wenn jetzt immer mehr von diesen alten Wohnungen nicht mehr nutzbar sind und damit aus dem Markt rausfallen und auch keine neuen Wohnungen hinzukommen, dann wird die Wohnungsnot einfach noch viel, viel größer. Also genau die Situation, die wir jetzt am Wohnungsmarkt haben, die ist jetzt schon schlimm, aber die wird mit jedem Quartal immer, immer schlimmer. Wenn du dich also jetzt schon über hohe Mieten und über fehlende Wohnungen beklagst, dann warte mal ein Jahr ab, dann wird es noch schlimmer sein. Weil die Regierung hat nämlich keinerlei Konzept, wie sie sowohl die Migrationskrise als auch die Baukrise lösen wird. Im Gegenteil. Im Krieg wird aktuell noch mehr eskaliert. Und wenn denn der Krieg am Höhepunkt ist, dann wird es ja noch mehr Flüchtlinge geben und dann wird die Wohnungsnot noch größer. Mal ganz abgesehen von irgendwelchen Gebäuden, die dann auch zerbombt werden, wenn der Krieg bis nach Europa kommt. Und es gibt ja nicht nur das Problem beim Neubau und beim Sanieren, sondern auch beim altersgerechten Umbauen von den Wohnungen. Du musst dir mal überlegen, aktuell leben in Deutschland ungefähr 8 Millionen Menschen, die schwerstbehindert sind und über die Hälfte von denen ist über 65 Jahre alt. Und wir in Deutschland verfügen aber nur über eine Million Wohnungen, die barrierefrei sind, wo solche Leute also ordentlich wohnen können. Und oftmals kosten diese Wohnungen auch noch viel, viel mehr Geld, weil die ja erstmal umgebaut werden müssen. Und wenn natürlich diese Wohnungen noch viel, viel mehr Geld kosten, müssen die Rentner und Senioren noch mehr Geld zahlen, was sie jetzt ja eh schon nicht haben. Ja, und wenn man solche Wohnungen umbauen will, ja, auch als Immobilieninvestor, als Bauträger, ich habe ja auch immer eine Wohnung umgebaut, ich habe dort, das war nur eine kleine Sache, ich habe eine normale Badewanne, habe ich zu einer ebenerdigen Dusche umgebaut, mit so einem kleinen Sitzplatz. Selbst das hat so viel Geld gekostet, dass es sich eigentlich kaum gelohnt hat. Und seitdem sind die Baukosten jetzt ja nochmal weiter gestiegen. Und das ist einfach das Krasse. Und die Augsburger Allgemeine hat es dann einfach wie folgt formuliert. Die Wohnungsnot in Deutschland verschlimmert sich dramatisch. Gemeinsamer Alarmruf schweißt 17 Verbände der Baubranche zu einem Bündnis zusammen und ruft die Regierung um Hilfe. Verbunden mit der Warnung vor sozialen Verwerfungen, eher dramatischen Verwerfungen. Das Wohnbauparameter leuchtet rot. Die Farbe ist nicht hell, nicht dunkel, sondern Alarmrot. Es weist auf einen Sturm am Wohnungsmarkt hin, der das ganze Land erfassen und erschüttern wird, wenn die Politik nicht gegensteuert. Tja, und der Wohnungsbau reißt außerdem ja auch den ganzen Rest der Wirtschaft runter. Weil wenn man nicht gegensteuert, dann wird das für einen Dominoeffekt sorgen, der sich auf die ganze Wirtschaft ausbreitet. Weil etwa 4,4 Millionen Menschen arbeiten in der Baubranche oder in Bereichen, die damit verknüpft sind. Und das ist sogar noch mal deutlich mehr als die Autoindustrie bei uns. Also wenn die Baubranche, wenn es dort Probleme gibt, dann gibt es kurz seit später auch massive Probleme im Rest der Wirtschaft. Also meine lieben Zuschauer, man kann wirklich sagen, die ist hier sprichwörtlich am Dampfen und die Politik muss endlich was unternehmen. Ansonsten wird es in Deutschland zappenduster. Und der Spiegel hat es vor zwei Wochen in einem Artikel sehr gut zusammengefasst. Schrieben, dort warnt nämlich der Mieterbund vor einem ungeahnten Gesaster auf dem Wohnungsmarkt. Es ist eine düstere Prognose. 2023 müssen sich die Mieter und Mieter auf ein sehr hartes Jahr einstellen. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt werde immer dramatischer. Und das ganz Krasse an dieser Geschichte ist, die Situation ist jetzt schon extrem problematisch. Und die EU will mit völlig weltfremden Klimavorschriften das Bauen und Sanieren jetzt noch schwieriger und noch teurer machen. Und das führt einfach dazu, dass einige Häuser dann gar nichts mehr genutzt werden können und damit faktisch die Eigentümer enteignet werden. Aber dazu habe ich auch ein komplett eigenes Video gemacht, was ich dir hier verlinke. Schau das Ganze mal an, weil dort zeige ich dir nämlich die Pläne der EU zur Enteignung von Immobilienbesitzern.